Hey, das. Ich schon mal. Ich muss immer noch einmal zur Vermehrrichtung denken. Ja, das ist ein bisschen. Ich habe die Reaktion, dass ich den Kielsen nicht mehr verletzt habe. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Die Probe an sich nicht, aber wenn der immer anders rum ist, dann wird ja noch alles anders rum Das ist ein bisschen, aber es ist nicht so wichtig, dass die Angelegenheiten aus dem Geist 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 Woher kommt der Wind? Ja, woher? Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Da ist gar die Kamera drin, ja, gell. Man muss den Üben übertritten. Ja, aber jetzt ist so gut Wind, jetzt musst du langsam... Wenn da eh mal in Luft ist, ist der Wind fast ja auch nicht so schlimm. Ja, klar. Ja, ist doch gell. Da musst du sofort so... Ja, ich hab ja auch so ein Sensor drin, irgendwie. Er merkt ja, wenn der Wind ist, ist das ganz klar. Ja, er hält dann gerade. Ja, ich hab ja auch so... Wenn du gehst, was du weg für dich gehst, oder? Ja. Oho Das geht mit dem Wind, was? Ja. Kann mir auch mal so ein bisschen Wind kurz...